Ich wohne in der Nähe von Köln und ich hasse Karneval und das sind die Rechtschreib-Failer. Sarasa, kannst bitte mal Unboxings machen, wäre geil und ich liebe deine Titten no homo und mach bitte Unboxing. 300 Aufrufe und ich hab den ersten Kommi? Da fuck, community, was los mit euch? Guten Tag Herr Gronk, könnten Sie bitte mal ein Let's Play von Five Nichts with Freddy machen, Dankeschön. Gronkpass, auf bald kommen die Muschikläuse. Wie heißt du, out Instagram? Spielst du noch GTA Online Xbox, der Cargobob kann ScooWimmen und gutes Video. Durkwing Duck ist on Tour in Gifhorn. Unglaublich, was da los ist. Sieht echt sehr interessant aus, das Game. Sehr schöne Grafik. Ist das wieder Unity Engine? Ah, okay, danke. Er hat sich selbst... ja, egal. Der Anfang war ja schon mal vielversprechend. Freu mich auf die nächsten Folgen. Und der Armagronk muss wieder leider. 1712 hat mich zur Tote erschreckt. Also, es ist schon mal wesentlich gruseliger als The Evis Within, was ja eher Splatter war. Und für ein Ein-Mann-Projekt sieht auch tolle Optik. Oh mein Gott, ist das geil. Ich habe mitten siebenmal auf Parse geklickt. Viermal war es aus Versehen. Wie kriegt man den in Endlichkeit? Deine Minifestung sieht aus wie das gallische Dorf von Asterix und Oberlix. Nur in ganz in ganz klein. Wann kommt die neue Folge von GoneHTML? Machst du auch Hangouts, während du gamst? Und wenn ja, kannst du es ankündigen und sorry wegen dem Anruf. Ich verstehe dich, Ronkui. Einfach einer der besten Spiele. Stimmt nicht. Den Tod bekommt man kostenlos. Die Bedingung kostet Geld. Sind dir nicht immer die drrschen Menschen sympathisch? Walle, Kelly, Fabian, Mauel. Ich habe noch eine Leiser-Disk. Wenn ich das richtig verstanden habe, hasst Hardy also jede Art von Bahnen. Ist das nicht irgendwie rassistisch auf irgendeine Weiße auch immer? Wie gut bist du den? Das waren die 43. Rechtschreibfehler. Vielen Dank für alle Einsendungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Hier an der Seite stehen Twitter und Facebook. Hier unten liegt der Link zum Failure einsenden. Ihr dürft gerne weitere Failure einsenden. Und wir sehen uns nächste Woche bei den 44. Rechtschreibfeilern. Oder unter der Woche in einem Let's Play. Schaut auf jeden Fall mal bei Evolve rein. Sehr geiles Spiel. Bis dahin. Euer Rainbird. Macht's gut. Und tschüss, tschüss. Ich wohne in der Nähe von Köln und ich hasse die Rechtschreibfehler. Und das ist Karneval. Nein, andersrum. Gronk Pass. Auf, bald kommen die Muschikläuse. Ruhe am Set. Nein, tschüss. Das war's für heute.